Ich habe kein Lieblingsexponat. Alle Kreaturen von Mutter Natur herbergen eigentlich etwas Wunderbares, aber eine Pflanze in diesem Raum, mit der bin ich eine besonders innige Beziehung eingegangen. Mir gefällt der persönliche Austausch, der neu im Extrakt stattfindet. Wir organisieren Führungen, Workshops, Diskussionsrunden und vieles mehr. Und ich bin mir sicher, dass auch wir viel von den Besucherinnen und Besuchern lernen werden. Man sollte die Ausstellung besuchen, um sich erneut für Biodiversität zu begeistern, denn nur was man liebt, schützt man auf. Tja und die Ausstellung macht einfach ganz viel Spass. Also, Tag mit dem Hintergrund. Ich bin ja die Ausstellung.